Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge nachmittags, ja so, hallo. Wir haben hier unsere Moderationskarten von unserem Live-Auftritt diese Woche. Yes, Leute, wenn ihr uns hier seht, wir haben es erfolgreich gemeistert. Oh mein Gott, wir haben es überlebt, Leute. Ich kann es nicht glauben, dass wir das gemacht haben. Das sieht sich so unreal an, finde ich. Und wir werden heute auf jeden Fall über den ganzen Live-Auftritt berichten. Also holt euch einen Kaffee, setzt euch hin, wenn ihr einen Kuchen zur Hand habt. Gerne könnt ihr den bereitstellen, denn es geht jetzt los mit unserer Nachmittagsjause. Mit Ankhart. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir haben ja schon seit Juli auf diesen Live-Auftritt hingefiebert. Und ich muss sagen, für uns als Newcomer-Podcast war es schon was sehr, sehr Besonderes, weil wir haben ja erst eine Staffel aufgenommen. Und dass wir direkt die Möglichkeit bekommen, einen Live-Auftritt zu machen, war schon was ganz, ganz Besonderes. Also wir müssen mal kurz festhalten. Also wir haben März diesen Jahres gestartet mit unserem Podcast. Und wir haben einen Monat später, glaube ich, direkt... Ich glaube, im Juni oder im Juli haben wir die Anfrage für einen Live-Podcast bekommen. Nee, ich glaube, es war schon viel früher. Wir haben da schon im Juni, im Juli haben wir ja schon die... Nee, im Juni war das, haben wir schon die Ankündigungsvideos gemacht. Echt? Ja. Also es war schon viel früher. Also wir haben quasi einen Monat später, nachdem wir mit unserem Podcast live gegangen sind, haben wir diese Anfrage bekommen. Und wir waren so, oh mein Gott, sollen wir das machen? Sollen wir das nicht machen? Ich weiß es nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben echt lange überlegt. Voll lang. Weil wir haben sowas noch nie vorher gemacht. Also obviously, weil das ist ja unser... Das ist ja auch unser... Unser Podcast gab es ja auch noch nicht so lange. Also wir wussten auch nicht, wie macht man sowas? Wie geht man damit um? Weil die meisten Podcasts, die wir kennen, die haben schon zwei, drei Jahre einen Podcast, bevor sie überhaupt einen Live-Auftritt gemacht haben. Ja. Und für uns war das halt so richtig krass. Wir haben zwei Monate unseren Podcast. Und jetzt sollen wir schon so einen Live-Auftritt machen? Also es ist halt echt so, so krass gewesen, als wir diese Anfrage bekommen haben. Und ich glaube, eher Kat war diejenige, die mich da sehr beeinflusst hat. Weil ich habe nämlich am Anfang gesagt, ey, ich kann... Ich glaube, ich traue mir das nicht zu. Ja, und ich habe gesagt, ey, Anna, wir müssen, glaube ich, irgendwann mal über unseren Schatten springen. Weil so das Ding ist, wir sind die ganze in unserer Komfortzone. Wir machen, sage ich mal, war es unsere Vlogs. Jetzt haben wir da mit unserem Podcast gestartet. Und wir sind die ganze in unserer Komfortzone. Wir trauen uns nie irgendwo zu einem Interview. Oder wenn wir mal angefragt werden, so im Fernsehen, sagen wir immer direkt nein. Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele so TV-Show-Anfragen wir schon abgesagt haben. Ja. Weil wir sind einfach viel zu bequem. Wir haben Angst auch vor dieser Öffentlichkeit. Das hört sich eigentlich voll dumm an, weil wir ja voll in der Öffentlichkeit stehen an sich. Aber wir haben halt, ich muss sagen, auf Social Media ist nochmal was anderes, weil wir bestimmen ja selbst, was für einen Content wir online stellen. Und wenn man dann ins Fernsehen geht oder andere Interviews hat oder mal in andere Shows geht, dann haben wir, stecken wir da halt nicht mehr drin, weil du weißt halt gar nicht, was über dich veröffentlicht wird. Und auch bei der Live-Podcast-Show, das, was du live sagst, hast du gesagt, alle haben es gehört, du kannst dich mal rausschneiden. Ja. Also und davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Also Toffi. Als Anna hatte ich Panik. Ja, weil Toffi wollte gerade über meinen Laptop laufen und da rausschmeißen. Ja, ich glaube, wir müssen den rausschmeißen. Der Arme, der wird immer rausgeschmissen hier. Ja, und das ist eigentlich sein Zimmer. So, eigentlich haben wir sein Zimmer geklaut. Okay, schmeiß den halt weg. Alter, Kat hat ihn so richtig aggressiv auf den Boden geworfen. Nein. Der hatte gar keinen Anstand, sich irgendwie selber aufzufangen. Also Katzen sind sie ja so, normalerweise, du schmeißt sie aus, keine Ahnung, vier Meter Höhe und die landen immer auf den Pfoten. Vier Meter Höhe? Übertreib mal. Ja doch, egal aus welcher Höhe anscheinend. Nein, nicht egal. Das ist schon eine Höhenbegrenzung. Keine Ahnung, aber Katzen landen immer auf ihren Pfoten, sagt man doch. Ja, meine nicht. Ja, deine nicht. Also die sind richtige Drama-Queens. Die sind immer direkt so, oh mein Gott, du hast mich hingeschmissen. Du hast mich hingeschmissen. Ja, also die kennen das halt nicht, so aggressive Leute. Warte mal ganz kurz, ich habe ihn nicht geschmissen. Also jetzt, ich habe ihn halt einfach so, ja, nee, Spaß, es war nicht so aggressiv. Aber die sind echt so, die geben voll nach. Übel. Also die fangen sich nicht selber auf. Auch beim Streicheln. Beim Streicheln ist es so, du streichelst eine Katze und die geht eigentlich so komplett mit. Also die, also wenn man quasi Druck auf die Haut ausübt oder auf das Fell, dann müsste sie eigentlich gegendrücken. Ja. So wie Mila und Nala halt einfach. Genau. Aber meine geben nach. Also wenn man sie streichelt, dann gehen sie mit drunter. Man denkt die so, okay. Genau, also da ist der komplette Arsch am Boden. Auf einmal legen sie sich hin. Ja, genau. Es ist so, man fängt sie an zu streicheln und auf einmal liegt unsere, also meine Katze auf den Boden, nee, egal. Unnötig. Das ist immer so, dieser Themen-Switch, Alter. Ja, auf jeden Fall, wir waren im Schirm geblieben. Genau, hatten wir halt Angst vor so einem Publikum zu sprechen einfach, weil das machen wir auch eigentlich nie. Die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, ist halt diese Interview-Situation und da ist es ja oft so, da geht es um bestimmte Themen. Also keine Ahnung, auf der Glow zum Beispiel haben wir oft Panel-Talks gemacht, wo wir schon wissen, okay, es geht um Beauty-Hacks oder Fashion-Tipps oder wie auch immer. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein oberflächliches Thema, worüber man so sprechen kann. Und darüber können wir so locker sprechen, aber das Ding ist, bei dem Live-Event haben wir auch eine Fragerunde gemacht, wo die Zuschauer uns Fragen stellten konnten und davor hatten wir auch ein bisschen Angst, weil das Ding ist, wir können es ja nicht kontrollieren. Die fragen uns Fragen und wir müssen uns beantworten. Also, ich meine, wir könnten auch theoretisch sagen, so möchten wir jetzt nicht beantworten, aber wir assi werden. Das macht dann auch so einen komischen Vibe. Ja, genau. Nee, also, und die Fragen, die gestellt wurden, die waren eigentlich auch, ja, die waren eigentlich, also die haben wir eigentlich auch schon öfter gestellt bekommen. Ähm, deswegen, also es war, wir haben uns uns, glaube ich, schlimmer vorgestellt, als es letztendlich war. Ja, also wir haben uns, also davor waren wir auch extrem nervös. Also ich weiß nicht, wie es, ich glaube, du warst entspannter als ich, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, also ich hoffe, dass das Publikum gut drauf ist. Also das sind so viele Einflüsse, finde ich, die so einen Abend entweder richtig gut machen können oder halt richtig schlecht. Und mit einer der Sachen, was super wichtig war einfach, ist, dass die Stimmung gut ist. Ey, die Stimmung war so gut. Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir den Leuten vorher gesagt haben, weh, die machen keine Stimmung, aber die Stimmung war so gut. Ja, die Stimmung war echt gut. Also als wir angekündigt worden sind und wir rausgegangen sind, haben alle angefangen zu schreien und zu jubeln. Wir haben echt damit gar nicht gerechnet. Gar nicht? Gar nicht. Wir haben gar nicht mal gerechnet, auch wenn wir es heute gesagt haben. Nee, aber irgendwie. Weil oft ist es ja so, viele sind dann zu schüchtern. Ja. Also ich habe nämlich auch gedacht, also das Gute ist, sage ich jetzt mal, alle, die im Raum waren, die kannten uns schon. Beziehungsweise, ich glaube, da gab es ein paar Ausnahmen, aber das erzählen wir auch gleich. Aber die meisten in diesem Raum kannten uns. Also das heißt, eigentlich wissen die, wie wir sind, wie wir ticken, die kennen unseren Humor. Das ist halt schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um irgendwie so eine Show zu machen. Also das macht es wirklich einfacher, weil wenn ich überlege, so normale, ich sage jetzt mal Stand-Up-Comedians, die werden so ins kalte Wasser geschmissen. Du hast keine Ahnung, wer da sitzt, was für einen Humor die haben, ob du den Humor triffst. Und bei uns ist es ja eigentlich so eine Win-Win-Situation, weil wir kennen die Leute und die wissen, dass, also wir können auch einfach frei sprechen über bestimmte Themen, weil wir wissen, die verfolgen uns, die kennen uns eigentlich schon. Ja. Was mich fasziniert hat, war einfach auch diese, diese gute Laune oder diese gute Stimmung, die hat sich durchgehend gehalten. Das fand ich voll, voll faszinierend, weil es ging schon lange, also zwei Stunden. Wir haben jeweils 45 Minuten gesprochen, beziehungsweise der erste Part war sogar länger. Ja, da haben wir ein bisschen überzogen. Da haben wir ein bisschen überzogen und das war übrigens auch unsere größte Angst, als wir die Dispo bekommen haben, ja, ihr müsst 45 Minuten sprechen, dann kommt 15 Minuten Pause und dann noch wieder 45 Minuten, dachten wir so, boah, können wir so lange sprechen. Also unsere normalen Podcasts gehen meistens so 50 bis so 60 Minuten, aber zwei Stunden eigentlich, am Stück zu reden, boah, können wir das, aber tatsächlich, ja. Ja, und dass es auch durchgehend interessant ist, also weil wir haben uns zwar Stichworte gemacht, also wir haben, wir haben ja unsere Moderationskarten dabei gehabt und da hatten wir auch voll viele Stichpunkte drauf, über was wir sprechen können. Das ist ja auch noch das Ding, wir können ja nichts proben oder so, wir können ja nicht mal üben so. Hey, komm, so bestimmte Witze oder keine Ahnung, was können wir ja nicht üben. Das ist alles, es muss alles spontan sein. Das ist alles Freestyle. Alles Freestyle. Das Einzige, was wir halt uns aufgeschrieben haben, sind halt so Themen. Also einfach so Überthemen, wo wir sprechen können. Genau, oder wo wir gesagt haben, keine Ahnung, oder so bestimmte Storys, die wir uns erzählen wollten, die wir uns aber auch noch nicht erzählt haben im Vorhinein, weil wir wollten natürlich, dass die Emotionen alles echt ist und Katz sich nicht denkt, hä, die Story hast du mir schon so zehnmal erzählt. Ja, vor allem, das war das Interessante, das ist ja eigentlich auf dem Weg dahin, wir mussten ja zweieinhalb Stunden nach Nürnberg fahren und im Auto war es einfach still. Also ich meine, nee, es war nicht still, wir haben teilweise einen Podcast gehört, aber wir haben auch mit unserer Cousine geredet und unserer Freundin, die dabei war, aber es war so schwierig, nicht schon die Sachen zu erzählen, die ich eigentlich beim Podcast erzählen wollte. Ja, genau, deswegen, wir hatten ein paar Stichpunkte auf unseren Moderationskarten, aber wir haben tatsächlich nur, ich glaube, zwei, drei Punkte davon besprochen und der Rest war komplett Freestyle. Das war voll aus dem, also wir waren halt irgendwann in so einem Gesprächsflow, dass wir das gar nicht mehr so richtig gebraucht haben, also die Stichpunkte, die wir hatten, waren auch mehr so Sicherheits-, also einfach nur zur Sicherheit, damit man sich gut fühlt und man weiß, okay, darüber kann man noch sprechen. Und es wird keine Stille geben, sodass wir nicht denken, und eigentlich, habe ich schon zu Anna gesagt, eigentlich passiert es uns nie. Also jetzt bei allen Podcasts, die wir aufgenommen haben, ist es vielleicht nur einmal passiert, dass wir dann da saßen und dachten so, was wollten wir nochmal erzählen? Aber ansonsten sind wir so in so einem Gesprächsflow, dass wir dann auf die Uhr gucken und uns denken, oh, ist jetzt schon fast vorbei. Aber das war irgendwie dann unsere größte Angst. Wenn du dann auf der Bühne stehst, nachher haben wir so ein Blackout und wir haben, wir wissen nicht, über was wir reden sollen, dann haben wir gedacht, okay, dann haben wir unsere Stichpunkte mit unseren Moderationskarten und es gibt uns einfach nochmal ein bisschen Sicherheit. Ja, und den größten Druck, finde ich, den wir halt auch hatten, war zu wissen, dass diese Leute, die jetzt hier alle sitzen, die haben sich alle ein Ticket gekauft, um uns zuzuhören, wie wir uns unterhalten. Also erstmal hört sich das sowieso ganz komisch an. Also wenn man, wenn man unserer Mom erzählt, also die hat das auch nicht so richtig gecheckt. Ja. Wir waren so, hä? Die Leute haben einfach, die hören euch einfach nur zu beim Reden und wir so, ja. Ja, und die haben auch gesagt, habt ihr so getanzt? Habt ihr so eine Show gemacht? Also ich meine, wir haben schon irgendwo, also gesungen, aber es ist halt nicht so eine professionelle Show. Wir so, nee, wir haben uns einfach hingesetzt und haben miteinander geredet und uns wurde dabei zugehört. Und eigentlich schon komisch. Das ist so dein komischer Gedanke. Und als ich dann da reingekommen bin, war auch so mein erster Gedanke, okay, krass. So sehen also Leute aus, die sich Tickets kaufen für, eigentlich nur für eine Unterhaltung. Und wie sehen die denn aus? Ganz normal. Nee, aber es war halt so richtig, also dass man diesen Druck hat, also man hat dann automatisch so einen Druck, dass man möchte, dass die Leute unterhalten werden und dass sie es auch witzig finden und so. Weil wir sind ja an sich keine Comedians. Also wir sind ja nicht so, dass wir irgendwie bestimmte so Witze erzählen und wissen, okay, da gibt es jetzt einen Lacher. Ja, genau. Sondern es ist einfach so, wir erzählen einfach irgendwas und dann fanden, fand ich es voll interessant, weil dann fanden die bestimmte Stellen witzig, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich es witzig finde. Ja, aber genau, das war halt das Interessanteste, wir reden hier ganz normal und wir kriegen nie ein Feedback, aber da war es mal witzig zu hören, dass es ein Feedback gibt. Also ich erzähle dir eine Story und dabei wird im Hintergrund wie in so einer Sitcom gelacht. Ja, genau. Und das war so voll das gute Gefühl. Ich finde, also ich finde tatsächlich, es hat einen voll motiviert, noch witziger zu sein. Ja, genau. Und man hat dann versucht, die Story irgendwie noch witziger zu erzählen. Ich meine, die Storys an sich waren auch witzig, die wir erzählt haben. Und nochmal, also jetzt hier vorab, es wird auch live exklusiv bleiben, der Podcast, oder? Ja, genau. Also wir werden den Podcast nicht hier hochladen, weil wir dachten, eigentlich ist es ganz schön, das ist so eine einmalige, nicht einmalig, vielleicht machen wir eine Tour, aber ist es noch nicht sicher. Aber das ist so eine einmalige Erfahrung für die Leute, die dabei waren. Dann war es wirklich exklusiv, diese Storys, die wir erzählt haben und es kommt nicht an die Öffentlichkeit. Nee, wir haben auch schon gesagt vor Ort, alles, was hier in dem Raum besprochen wird, bleibt in diesem Raum. Okay? Erzählt es niemandem weiter. Genau. Also das war schon eigentlich interessant. Also das wollen wir halt auch so beibehalten, weil es eigentlich schon schön ist. Also weil die Leute sich ja dafür extra die Zeit genommen haben und auch Tickets dafür gezahlt haben und wenn die es dann eh, sage ich mal, kurze Zeit später online hören, denken die sich ja dann so, okay, toll. Naja. Keine Ahnung, ob sie es denken, aber ja, ich finde es an sich, was aber echt eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Also falls ihr eine Tour wollt, hier an dieser Stelle, kommentiert mal gerne und kommentiert auch gerne öfter, versucht uns zu überreden, weil wir wissen noch nicht, ob wir uns das trauen. Ja, und falls ihr euch sowas wünscht, dann schreibt direkt mal, in welche Stadt. In welcher Stadt, genau. Wir kommen sollen. Damit wir einfach so ein bisschen wissen, okay, wo sind die meisten potenziellen Zuhörer. Ja. Was ich auch noch super interessant fand nach unserem Live-Auftritt, da haben wir, also sind wir, ich weiß gar nicht, eine kurze Zeit später sind wir halt rausgekommen und dann waren noch so ein paar Zuhörer da, die wir dann getroffen haben. Genau. Und haben dann noch so ein bisschen gesprochen über, ja, was für ein Feedback so die haben und die, also erstmal vielen, vielen Dank auch an alle, die dort waren und die diesen Moment auch so besonders gemacht haben, weil es ist so, so cool gewesen, auch die Leute mal so live zu sehen. Also es waren so viele Leute, fand ich. Ich finde, das hört sich am Anfang gar nicht, am Anfang habe ich gedacht, hey, es hört sich gar nicht so viel an, aber als wir dann in diesem Raum waren, es waren so viele Stühle da und wir dachten so, oh mein Gott. So viele Leute kommen. Ja, so, ja, man kann sich das halt nicht so oft, also man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen und ich finde das eigentlich krass, weil unsere Podcasts haben ja so im Schnitt 80.000 Videos oder so, würde ich mal sagen, im Durchschnitt pro Folge und das sind so viele Menschen eigentlich. Eigentlich schon. Aber sich das mal so, nur ein Bruchteil davon waren quasi bei diesem Live-Podcast dabei. Und ich fand die Größe aber gut und tatsächlich haben wir von anderen Podcasts dann auch schon gehört, dass diese Größe perfekt ist für einen Podcast, weil das hat noch so eine Größe, dass man auch die hintersten Stühle dich sehen können und deine Mimik sehen können auf der Bühne, weil je größer das Publikum, desto mehr… Desto weiter weg sind die halt auch. Genau, und dann musst du halt auch diese Video-Einschaltungen machen, weißt du? Ja, stimmt. Wo die dann einen über dem Bildschirm sehen, von ganz hinten und das finde ich dann, glaube ich, blöd. Also deswegen, die Größe war, glaube ich, perfekt. Also so knapp 500 Leute, 400, 500 Leute. Ja, ich glaube, sowas maximal. Mhm. Ja. Ja, und genau danach, nach dem Live-Podcast haben wir noch ein paar getroffen und da war auch eine dabei, sie hatte die Tickets ganz, ganz spontan gebucht, weil man konnte nämlich an demselben Tag noch an der Abendkasse Tickets kaufen und sie ist dann, weil sie es in unserer Story gesehen hat und aus dem Nürnberg kommt, ist sie quasi ganz spontan dann zur Abendkasse und wollte aber nicht alleine gehen, also hat sie zwei Kumpels mitgenommen und diese zwei Kumpels, die kannten uns gar nicht. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, falls ihr es hört. Und zwar hat sie erzählt, ja, sie musste die richtig überreden und so, weil die kennen sich da nicht aus und die kannten uns vorher auch nicht, die wussten nicht, auf was sie sich einlassen und als sie dann auch schon bei der Abendkasse waren, waren die, haben sie sich quasi mäßig beschwert, dass man dafür ja noch Geld ausgeben muss. Genau, und die hatten gar keinen Bock auf den Abend eigentlich. Die hatten richtig, die hatten gar keine Lust. Die haben ihre Freundin gehasst, die war so richtig so, oh Mann ey, ich habe am Mittwochabend was Besseres zu tun. Genau. Die haben sich ja auch noch ihr Geld ausgeben für so eine Scheiße. Ja, genau. Und dann haben sie sich überreden lassen und dann saßen die da und sie meinten, also am Anfang fanden die es richtig cringe, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns am Anfang was überlegt, womit wir uns direkt am Anfang eigentlich komplett blamieren können. Das war das Peinlichste, was wir je gemacht haben. Das war so, so unangenehm, weil wir haben nämlich gedacht, also das ist so ein guter Eisbreaker vielleicht, weil wenn ich jetzt schon am Anfang was krass Peinliches mache, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ja, genau. Es ist gerade schon das Schlimmste passiert. Und zwar haben wir unser Roast Yourself A Cappella, das wir vor sechs Jahren geschrieben haben, vorgetragen. Ja, also diejenigen, die uns über YouTube noch kennen, die kennen es vielleicht, also es ist ein richtig, richtig schlechter Rap-Song. Also, ja. Auf jeden Fall haben wir das direkt am Anfang gemacht und es war auch so richtig cringe, weil wir haben ja, als wir rausgekommen sind, haben die Leute ja geschrien und gejubelt und auf einmal fangen wir an zu rappen und es war dann so Stille. Das war so richtig so, man hat nur unsere Stimmen gehört und ich dachte mir so, oh Gott, ey. Ja, und ich dachte mir so, mein Gott, das ist gerade so cringe, aber egal, wir ziehen es jetzt durch. Ja, und das Ding ist, wenn man uns durch YouTube kennt, dann kennt man eigentlich dieses Roast Yourself, aber wenn man uns halt auch gar nicht kennt, 0,0, dann weiß man nicht, was es sich jetzt auf sich hat und die zwei Jungs, die waren dann auch so, die haben ihre Freundin angeguckt und dachten, die so, wo bin ich denn hier gelandet, ey. Was ist das denn? Ja, aber es ist ja schon cringe. Es ist so schlecht. Es fängt ja so an, ähm, guten Morgen-Check, Zink-Salbe-Check, egal was wir machen, die Pickel gehen nicht weg, doch du guckst es an und hast du deinen Mann, hol doch gleich deine Familie rein. Denn heute zeigen wir dir, was eigentlich geht. Ancat ist unser eigener Planet, hier gibt es Mila und Nala und viele YouTube-Taler. Komm doch mal her und wir machen dir das klarer. Anna, stell dich mal vor. Ja, und das hier, also nach diesem Part haben alle nochmal mehr gejubelt. Ja, genau. Also das war dann so, okay, eigentlich wäre jetzt voll der gute Moment aufzuhören, aber nein, wir wollen noch mehr diese Grinch-Stimmung. Deswegen habe ich zu Anna gesagt, Anna, stell dich mal vor. Und dann war ich so, ich bin's Anna, auch AMD. Ich bin noch dümmer als Katz Knie. Ausbildung, Abitur ist mir fremd. Egal, weil mich jetzt jeder erkennt. War das irgendwie so? Irgendwie so was. Egal, ich habe auf jeden Fall den Text verkackt auch noch. Ja. Live auf der Bühne. Und dann kam Kat. Kat for president. Ey, ich meine, das war der cringigste Moment. Das war der schlimmste Teil. Das war der schlimmste Moment. Und Kat for president, aber die haben zum Glück gejubelt. Und ich so, ja, ist klar, bin lange nicht perfekt wie Barbara. Richtig random, wer ist Barbara? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann passt mal auf, jetzt geht es los mit unserer Nachmittagsjause. So hat es gestartet. Ja, also das war auf jeden Fall der beste Anfang, den wir uns überlegen konnten. Ey Leute, da war es so cringe. Ey Leute, da war es so cringe. Das war so cringe. Das war so unangenehm. Und auch als wir uns dann hingesetzt haben, dachte ich mir, boah, hätten wir diesen, was haben wir uns eigentlich bei diesem Teil gedacht? Ja, aber. Ist das so schlimm? Genau, es war dann halt guter Icebreaker. Danach haben wir halt auch darüber geredet, wie schlimm das war. Und wer uns dann halt auch durch YouTube kennt, das war auch interessant, weil es war fast jeder im Raum. Das war eigentlich ganz gut. Dann dachten wir schon so, okay, das kannten bestimmt einige. Und genau, und die zwei Jungs, die haben sich gedacht, ja, wo bin ich hier gelandet? Und am Ende haben wir dann mit denen geredet und haben gefragt, ja, und wie fandet ihr es? Und dann waren die so, ey, dann haben die uns das geschildert, dass sie ja am Anfang da hingegangen sind und hatten, also waren halt richtig, hatten gar keinen Bock eigentlich da hinzugehen. Und am Ende haben die sogar gesagt, die mussten so laut lachen, dass die vor den Leuten, also die Leute vor denen haben sich jedes Mal beschwert, dass sie ja leise lachen sollen. Und am Ende sind die wirklich mit dem Grinsen rausgegangen. Und das war tatsächlich nicht das einzige Feedback. Auch Follower haben uns geschrieben, die halt mit ihrem Freund dahin gegangen sind, dass sogar ihr Freund Spaß hatte. Also ist eigentlich schon, muss ich sagen, einer der größten Komplimente eigentlich, dass uns sogar, also dass wir sogar Leute erreicht haben, die uns gar nicht kennen, die uns gar nicht verfolgen und danach eigentlich voll begeistert rausgegangen sind. Sogar unser Fahrer, der uns zum Event gefahren hat, der hat gesagt, ich muss jetzt sofort nachmittags die Hauze anhören, weil der war nämlich unerwartet und ungeplant Teil unserer Show. Und das fand er, also er saß selber im Publikum, einfach nur, weil er halt auf uns warten musste, weil er uns ja dann am Ende nach Hause fahren musste. Und auf einmal hört er unser Gespräch eigentlich vom Auto und dachte sich so, warte mal, das habe ich gesagt. Und dann haben wir ihn quasi genannt und er war so richtig perplex und dachte sich so, warte mal, was? Ich bin jetzt Teil der Show und er fand sich, also hat sich mega geehrt gefühlt und es war auch witzig. Also wir haben ja seine Story auch witzig verpackt. Ja, und ich glaube, das war auch so ein guter, also das ist auch so ein Beweis. Ja. Man kann es nicht planen. Nee. Also auf der Live-Podcast-Show passieren so spontan Dinge, wenn unsere Anreise quasi zum BR-Podcast-Festival war schon so witzig, also war schon eine Story, dass, das waren glaube ich so die ersten 15 Minuten, wo wir gesprochen haben, war einfach nur über Nürnberg und die Anreise. Ja. Also das war echt cool und ich finde es auch, fand es voll süß auch vom Fahrer am Ende. Da hat er sich richtig, richtig krass gefreut darüber. Der hat auch gesagt. Der hat sich direkt gefolgt. Ja. Und er meinte dann auch so, ja, er irgendwie macht Werbung. Er erzählt es seinen Söhnen. Genau, er erzählt es seinen Kindern und dass die das auch mal reinschalten sollen, also fanden wir auch mega süß. Und auf der Show ist auch was Unerwartetes passiert. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von der Zuschauerin, ob wir schon mal Fanbegegnungen hatten, die mega, die mega aufdringlich waren. Also ob wir schon mal Fans hatten, die so sehr aufdringlich waren, wo wir gedacht haben, so okay, das reicht. Und uns ist halt niemand eingefallen. Wir hatten das bisher nicht. Aber ich habe dann von einer anderen Fanbegegnung erzählt. Und zwar, das war nach dem Beyoncé-Konzert. Und habe von den Mädchen erzählt, was sie getroffen haben, die mir halt sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und auf einmal schreit es durchs Publikum, Kat, Kat, sie ist hier. Und sie war einfach da. Und ich dachte mir so, krass, krass. Also da hat man gemerkt erstens, wir erzählen keinen Scheiß. Ja, echt so, die Stories und alles, was wir erzählen, ist wahr. Ja. Ich finde es auch fast schwer, sowas zu erfinden. Nee, geht auch nicht. Also sowas kannst du ja auch nicht erfinden. Aber auf jeden Fall die Story, die dann Kat erzählt hat, da kam dann die Zuschauerin raus. Und das war auch voll süß, weil sie sich auch voll gefreut hat. Die hat auch im Nachhinein am Kat noch eine Nachricht geschrieben, dass sie sich voll freut, dass sie so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, genau. Also fand ich irgendwie mega süß. Und das war irgendwie so ein Full-Circle-Moment. Das fand ich irgendwie voll krass. Ja. Das war auf jeden Fall mega schön. Und ansonsten, ja, wir hatten eigentlich eine positive Erfahrung. Eigentlich müsstet ihr nach unserem Gespräch hier euch denken, ja, es kommt safe eine Tour 2024. Aber nein. Beziehungsweise, wir wissen es noch nicht. Deswegen, wir sind uns zum Teil auch so unsicher. Ja, weil ich finde, wir sollten uns als Podcast noch so ein bisschen mehr etablieren vielleicht. Also so, ich glaube, es ist gut, wenn wir halt jetzt erst mal noch eine zweite Staffel rausbringen und vielleicht dann in der dritten Staffel eine Live-Tour machen. Ja, genau. Oder wie seht ihr das? Schreibt mal gerne. Also versucht uns vielleicht mal zu überreden. Weiß, vielleicht könnt ihr das ja. Ja. Und ja, wir haben gar nicht über unsere Kuchen geredet. Übrigens, das wollen wir vielleicht bei unserer Nachmittagsjausen-Tour dann einführen, dass man auf jeden Fall Kuchen kaufen kann. Also das ist irgendwie so random. Wir holen so Schüler, weißt du? Ja, kennt ihr noch diesen Kuchenverkauf, den man in der Schule immer gemacht hat? Also das war auch immer so cringe. Die meisten haben Muffins gemacht. Aber das wäre voll cool eigentlich. Ganz ehrlich, das wäre voll cool. So Schüler können Kuchenverkauf machen und die können das Geld behalten. So, weißt du? Ja, oder wir sagen den Zuschauern, die kommen, die können gerne Kuchen mitbringen. Und dann gibt es so ein... Kuchenverkauf. Dann gibt es ein Kuchenbuffet, weißt du? Ach so. Dann kriegt jeder kostenlos einfach Kuchen, weil... Ich weiß halt nur nicht, wie das ist mit, keine Ahnung, vielleicht, weißt du? Gesundheitskonzept. Ja, genau. Hygiene. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber ganz ehrlich, in der Schule hat das nie jemand gejuckt. Das sind auch 100 Schüler, die dann den Kuchen gegessen haben. Jetzt mal, ich bin jetzt hier mal so schwarzmalerisch. Was ist, wenn ein Psycho dabei ist, der dann Gift irgendwo reinmacht? Ich muss sagen, ich habe mir das aber generell gedacht, bei so Live-Auftritten. Dass jetzt auf einmal einer aufsteht und uns dann hier... Abschießt? Nein. Okay, das ist ein bisschen krass. Nee, aber dass der halt irgendwie so voll was gegen uns hat und uns dann Scheiße bewirft. Ja, ich muss sagen, also es gibt ja manchmal so Shows, wo dann irgendwie Leute durchs Bild rennen und so, oder so nackt durchs Bild rennen. Oder wie nennt man die nochmal? Flitzer. Keine Ahnung. Ja, aber ganz ehrlich, warum haben die so das Bedürfnis? Nein, aber das ist so, die man halt Aufmerksamkeit erregt, zum Beispiel für ein bestimmtes Thema. Also viele, die jetzt hier Klimakleber und so. Ja, auf jeden Fall, was ich mir aber gedacht habe, ich finde so ein Live-Auftritt ist auch so, gerade wenn man so eine Tour macht, so was Angekündigtes, wo man in jeder Stadt hingeht, da habe ich auch so ein bisschen Paranoia vor, weil ich mir wirklich denke, was ist, wenn da ein Psycho dabei ist, der mir irgendwie Säure ins Gesicht kippen möchte oder so? Weißt du, der mich hasst, irgendwie so ein Hater? Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach noch nicht so relevant genug sind. Weißt du, ich meine, wir sind noch nicht so. Ich glaube, wir haben, ich glaube, unsere Hater sind nicht so bemüht uns, also sie hassen uns nicht so sehr, dass sie sich so Mühe geben dafür. Ja, deswegen, also. Ja. Gut so. Und wir sind auf einer Bühne, vielleicht, also weißt du, wir sind nochmal weiter weg. Ja, weil wir hatten nämlich zum Beispiel auch an dem Tag, wir hatten ja keine Securities oder so, weiß ich meine, also das ist ja einfach nur, ja, wir waren halt auf der Bühne und jeder hätte eigentlich uns mit Säure bekippen können. Das ist übrigens, das ist auch so, ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich so richtig Angst davor hatte, dass wenn. Ja, weil das einmal passiert ist und das in den Medien war oder also nicht einmal. Ja, das ist einmal so einer Frau passiert, irgendwie ihr Ex-Freund oder sowas. Also sie hat auf jeden Fall mit ihrem Freund Schluss gemacht und der Ex-Freund hat ihr dann keine Ahnung, auf der Straße, als er den gesehen hat, mit Säure bekippt und ihr Gesicht war komplett verätzt und richtig, sie war entstellt, also richtig schlimm und als ich das mal gesehen habe, dachte ich, also hatte ich so ein bisschen Angst davor tatsächlich, dass es mir auch passiert, weil das war auch so ein Zeitraum, wo ich das irgendwie relativ oft gehört habe oder kam es mir nur so vor, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich so eine Angst dann dafür entwickelt, ich weiß auch nicht. Ja, weil ich mir gedacht habe, es ist so, also zu Säure ist man so schnell zugänglich. Ja, das geht so schnell. Und dann kann jemand, also weißt du, und dieser Prozess, dass jemand das über dich drüber gibt, das geht so schnell, du kannst gar nicht reagieren. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wir denken jetzt nicht mal dran, das wird uns nicht passieren. Jetzt sind wir so richtig, jetzt haben wir wahrscheinlich die Hater aufgeweckt, die das für uns vorhaben. Also weil, falls wir dann so eine Tour machen, müssen wir so eine Glaswand aufziehen oder was? Nee, jeder, der sie anmeldet, muss erst mal so einen Psychotest machen. Einen Psychotest machen, also redet mit einem Therapeut, was? Nee, okay, jetzt geht es ein bisschen zu deep ins Thema rein. Genau, aber nochmal zurückzukommen zu unserer Nachmittagsjause, falls wir das live machen, weil es ist aber echt cool, wenn man so eine Schule oder so beauftragt aus dem Ort und die Schüler können dann so einen Kuchenverkauf machen und dann kann man, also kann diese Schule das Geld behalten, das ist dann quasi Spenden, so eine Art Spende. Ja, aber wie kontrollierst du da jetzt das Hygiene-Konzept? Keine Ahnung, aber ich meine, ja. Da ist dann scheißegal, oder was? Da ist scheißegal, ja. Da könnte auch ein Psychoschüler dabei sein. Nee, Spaß. Nee, aber ja, vielleicht sowas. Und dann gibt es halt auf jeden Fall Kuchen und dann kann man halt so Kuchen essen bei der Nachmittagsjause. Ja. Und dann müsste auch noch so ein Kaffeewagen da sein? Ja, genau. Und man kann Kaffee sich holen, schon geil. Das Ding ist halt, man muss halt auch noch Tische organisieren, damit die wenigstens ihr Kuchen abstellen können und ihr Getränk. Nee, Stehtische passen voll, glaube ich. Zwei Stunden lang müssen Leute stehen. Nein, ich, ach so, der Kuchen, also warte mal kurz, ich rede gerade von der Pause. Ah, dass man in der Pause Kuchen essen kann, okay. Ja, weil das wäre ja voll komisch, wenn die während unserer Nachmittagsjause dann, also live quasi währenddessen Kuchen essen, das fände ich, glaube ich, komisch. Ja, aber das ist eigentlich ganz cool, weil dann ist es wirklich eine Jause dann, eine große Jause. Ach so. Weißt du? Ja. Aber nee, ich glaube, das muss man immer nochmal überdenken. Es gibt doch kein Kuchen. Schon zu viel Aufwand. Echt so. Auf jeden Fall, apropos Kuchen, wir haben hier wieder Zwetschenschreuselkuchen, weil es gab wieder Zwetschenschreuselkuchen beim Bäckern. Es ist wieder Zwetschgenzeit. Ja, beziehungsweise es war schon die ganze Zeit Zwetschgenzeit. Ja, irgendwie gibt es den Kuchen auch immer, egal ob es gerade Saison ist oder nicht. Deswegen, und die letzten Tage gab es aber keine Zwetschenschreuselkuchen mehr und jetzt gab es wieder, musste ich natürlich direkt reinhauen. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen anderen Kuchen geholt und zwar einen Zwiebelkuchen. Und ich wollte eigentlich einen Zwiebelkuchen hier essen, aber weil wir vorher gefrühstückt haben und ich dann doch Bock hatte auf was Süßes, wurde es einen Zwetschgenkuchen. Aber Zwiebelkuchen sind irgendwie so random. Ich muss sagen, ich habe auch noch nie einen Zwiebelkuchen gegessen. Ja, und die sind geil. Das ist eigentlich wie eine Quiche. Ah. Aber, und die sind geil. Also, wir können ja mal später meinen Zwiebelkuchen probieren. Ja, aber irgendwie hat es mich noch nie so angemacht. Also, wenn ich es gesehen habe beim Bäcker, dachte ich mir so, okay. Zwiebelkuchen hört sich halt auch nicht geil an. Nee, das hört sich so richtig an wie so ein... Ach so, Zwiebelkuchen, also... Ja, also ich finde halt, Zwiebel und Kuchen, das passt nicht zusammen, die zwei Wörter. Aber würden die jetzt diesen gleichen Kuchen da hinstellen und dann hinschreiben, Quiche, dann würde man es eher nehmen. Weißt du, wie ich meine? Was heißt eigentlich Quiche Loren? Quiche Loren ist, glaube ich, Quiche mit Frühlingszwiebeln, oder? Ja, aber was heißt Loren? Ist es ein Name? Ich glaube, das heißt Frühlingszwiebel auf französisch, oder? Aber Quiche Loren, aber da ist doch... Google mal, hast du ein Handy da? Tomate, Frühlingszwiebel. Quiche Loren ist eine französische Torte mit einer Füllung aus Sahne, Eiern, Speck, Schinken in einer offenen Teigtasche. Ah, da sind gar keine Frühlingszwiebeln drunter. Ich rede einfach, weißt du, manchmal tue ich so, weil das würde ich so voll mich auskennen, aber es ist immer falsch. Und außerhalb der französischen Region Lottringen, das hört sich gar nicht wie französische Region an, war sie bis Mitte des 20. Jahrhunderts kaum bekannt, aber warte mal kurz, warum heißt Quiche Loren? Okay. Quiche Loren heißt sie, weil sie aus Elsass-Lottringen kommt. Ja, und Lottringen heißt auf französisch Lorraine. Ah, okay. Okay. Das heißt Frühlingszwiebel auf französisch. Juliet? Nee. Hä, wer? Juliet ist ein Name. Nein, aber es gibt doch Zwiebeln, die Juliet heißen. Also wir hatten ja eigentlich vier Jahre französisch in der Schule, ne? Ja, und ich war sogar richtig gut. Du hast sogar einen Preis bekommen dafür. Ich war die Beste aus der französischen Klasse, sodass ich sogar mein Referat, weißt du noch, in deiner Klasse vortragen musste, weil das so gut war. Ja. Und das war cringe. Ja, das war richtig cringe. Also Frühlingszwiebeln heißt Oignon de printemps? Nee. Oignon de printemps. Printemps. Oignon de printemps. Das heißt Frühlingszwiebeln. Das muss ich jetzt mal wissen. Gibt man einen Zwiebeln, Juliet? Es gibt doch Zwiebeln, die Juliet heißen. Ja, woher hast du das? Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie aus meinem Hinterkopf. Julienne. Julienne. Julienne Zwiebel, gell? Gibt's. Das sind diese kleinen. Zwiebel Julienne schneiden. Ich glaube, es heißt … Ach so. Ich glaube, die Schneideart ist Julienne. Also wenn man quasi eine Zwiebel seitwärts schneidet oder halt so in Längs, in Streifen. Dann heißt es Julienne, oder was? Ich glaube, ja. Ah, Julienne ist ein Fachbegriff für eine beim Kochen verwendete Schneideart von Gemüse generell. Ach so, okay. Bei der das Gemüse in streichholzartige quadratische Stifte geschnitten wird. Ah, okay. Aber deswegen sagt man einfach nur Zwiebel. Wir haben eine Nachricht bekommen. Die Post ist da. Die Post ist da. Die Post ist da. Eliana hat gerade einen Zettel unter der Tür durchgeschoben. Mal schauen, was da draufsteht. It's sad. Also, hier steht, nicht klopfen, Mama. Und dann ein Mädchen, das weint und aber zwei Herzchen. Richtig sad. Echt, richtig sad. Wir haben nämlich zu ihr vorhin gesagt, sie soll nicht an die Tür klopfen, weil wir einen Podcast aufnehmen. Aber weißt du, was witzig ist an den Gedanken? Sie ist hochgegangen, hat sich einen Stift geholt, einen Zettel und musste dann Julie fragen, wie man nicht klopfen schreibt. Genau. Und er es buchstabieren musste. Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, es wird wieder Zeit für eine Podcast-Folge mit Eliana. Ja, Eliana möchte so gerne dabei sein. Die will so gerne dabei sein. Das ist genau ihr Ding. Sie hat auch gesagt, als wir ihr Videos gezeigt haben von der Nachmittagsjahuse, von der Live-Show, hat sie gesagt, warum durfte ich nicht mit? Ja, also Eliana generell, also sie sieht uns halt so krass als Vorbilder. Also sie, das ist auch, also wenn sie in ihrem Zimmer ist, dann macht sie eigentlich genau das Gleiche wie wir. Also sie dreht Videos, sie macht gerne Vlogs. Das, was wir beruflich quasi machen, das ist auch das, was sie für sich anstrebt. Wenn man Eliana auch fragt, was willst du später werden, sagt sie immer Influencerin. Ja, beziehungsweise immer Model. Ja, stimmt, Model. Sie denkt ja, wir sind Models. Nee, wir sind Models, Influencerin, das weiß sie auch, dass wir das sind und TikToker. Also du bist Model, ich bin kein Model. Ja, auf jeden Fall ist es so, keine Ahnung, also ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde es schön, dass wir so dieselbe Leidenschaft, soll ich jetzt mal teilen. Das ist jetzt vielleicht auch jetzt gerade noch cool, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt, halt über die Jahre, ob sie quasi immer mehr die Leidenschaft drin findet oder ob das irgendwann dann so verschwimmt. Ja, Eliana vloggt ja auch in ihrem Zimmer, also wirklich in echt, also mit Kamera und so weiter und Anna sammelt diese Videos. Ich kann irgendwann mal an dem 18. Geburtstag richtig mit lustigen Videos raushauen. Die sind so lustig, Leute. Ja. Und sie guckt sich auch voll gerne die YouTube-Videos an, als die noch kleiner war. Wo sie ja noch dabei sein durfte oder so. Ja, genau, da ist sie so. Also sie sagt dann immer zu uns, kann ich eben die Videos angucken, wo ich noch kleiner war? Wo ich noch gevloggt habe? Ja. Ja. Sad. Das war… Nee, also ich finde, ich muss sagen, ich gucke mir die Videos auch voll gerne an. Ja, ich auch. War schon sehr, sehr süß. Ja, und generell hat man da halt auch Elianas Entwicklung halt mitverfolgen können. Also jede Woche konnte sie immer halt was anderes, konnte sie sich immer besser ausdrücken und über was sie sich auch Gedanken gemacht hat, was man aber jetzt auch wieder sich anschauen kann. Finde ich irgendwie voll interessant. Und tatsächlich auch für uns jetzt, also jetzt seitdem es Lorena gibt und auch Kaya, man schaut dann immer bei Eliana zurück. So, konnte Eliana dessen das schon in ihrem Alter? Weißt du, so, eigentlich ist es auch egal, aber… Also man, eigentlich sollte man die Kinder nicht vergleichen. Nee, aber macht es trotzdem. Ja, also macht man auch automatisch. Ich sage immer wieder so, Eliana hat damals dessen das gemacht. Also Lorena muss es jetzt auch machen. Und Lorena denkt sich so, ja, ich mache das auch schon, ihr Schatz. Nein, ihr denkt sich so, mir ist das egal, Alter. Ja. Das war übrigens auch meine größte Sorge bei dem Live-Podcast und zwar waren wir ja krank. Ja. Die ganze Zeit eigentlich vorher schon. Also eigentlich kurz bevor, nee, Kat war schon früher krank und kurz bevor dem Live-Podcast hat sie mich quasi angesteckt. Und ich war einen Tag vorm Live-Podcast, weil ich richtig heiser, ich hatte kaum noch eine Stimme. Und ich dachte mir so, fuck, Alter, ich muss jetzt gleich zwei Stunden reden, obwohl ich eigentlich gar nicht dazu in der Lage bin. Und vorher haben wir diesen Singpart geübt und vor Lachen mussten wir immer, also wir haben immer so einen Lachkrampf gehabt und danach einen Hustenkrampf. Und wir dachten uns so, oh Gott, wie soll das jetzt auf der Bühne werden, wenn wir da uns in einen Arsch ablachen und dann danach dann einen Hustenkrampf haben und die Leute sich dann denken so, was gucke ich hier mir eigentlich an? Ja, vor allem ich war so richtig auch so mein, also ich habe mich richtig angestrengt, auch nicht zu husten. Also ich musste auch teilweise eigentlich husten. Ich glaube, ich habe dann auch teilweise mal gehustet. Ich habe auch gehustet, ja. Aber ich musste mich richtig, richtig anstrengen, weil, also auch kurz vorher habe ich mir gedacht, krass eigentlich, wir können das ja nicht absagen, also die Leute haben sich da schon Zeit genommen, die haben sich Tickets gekauft. Eigentlich, wir müssen das jetzt durchziehen, egal ob wir krank sind oder nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wie schlimm ist das eigentlich für einen Künstler, also jetzt so, der irgendwie so eine Konzerttour macht. Mhm. Wir haben eine zweite Nachricht bekommen von Eliana. Was steht diesmal auf dem Zettel drauf? Also jetzt steht drauf, ich habe euch lieb. Herz. Süß. Kommst trotzdem nicht rein. Ich habe mir dann gedacht, was für einen krassen Druck eigentlich so Künstler haben, die eine Konzerttour machen, die auch wirklich singen müssen. Genau, zwei Stunden singen müssen, voll die Show machen müssen, mit Tanz, Choreo, was auch immer. Ja. Da habe ich mir gedacht, ey, jetzt verstehe ich diese Dokus von Künstlern. Also eigentlich, eigentlich, wenn man sich so, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Shawn Mendes Doku oder jetzt kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wie, was für einen krassen Druck die haben, dass die Stimme funktioniert. Also, weil es gab ja teilweise auch schon Touren von Justin Bieber, Justin Bieber war das glaube ich, oder Billie Eilish oder auch, die haben dann ihre Tour halt frühzeitig abbrechen nicht schon, weil die krank geworden sind. Ja, bei Justin Bieber war es so, ja. Ja. Und dann fragt man sich, wie macht das so Harry Styles? Ich schwöre, ich habe das Gefühl gehabt, der hat drei Jahre lang eine Tour gemacht. Äh, Beyoncé? Ich denke mir so, bei 40 Shows, wo sie, Beyoncé ist krass, aber ich gefühlt hatte ich das, also ich hatte das Gefühl, Harry Styles war öfter in Deutschland, also er hat oft in Köln gespielt, oft mal, oft mal in, oft in Hamburg, also ich habe das Gefühl gehabt, er war durchgehend auf Tour während der Corona-Zeit bis jetzt. Echt? Nee, ich glaube, das kam einem nur so vor. Vielleicht, weil ich auch viele TikToks gesehen habe mit seiner Tour, aber ja, wie macht Harry Styles, wie macht das Beyoncé? Geht nur mit Drogen. Ja, ich glaube auch, die nehmen alle richtig hartes Zeug. Ey, ich glaube auch. Also, voll viele haben uns auch gesagt, ja, nehmt doch einfach irgendwelche so Salbei-Bonbons, lockert die Stimmbänder und keine Ahnung was und wir dachten uns, okay, übertreibt. Und so Schnaps, Schotts. Ja, genau, aber nee, also es ist auch am Ende dann alles gut gegangen, wir haben schon ein bisschen gehustet auf der Bühne, aber das war noch, es hat sich noch in Grenzen gehalten. Und ich glaube, durch diesen Adrenalinkick waren wir plötzlich gesund. Ja, gesund waren wir nicht. Nee, aber auf dieser, auf der Bühne habe ich mich schon voll gesund gefühlt. Ja, also man war voll fit auf einmal. Ja, und es war dieser Adrenalinkick. Und dadurch, dass wir so nervös vorher waren, also Anna und ich sind ja voll, also was das angeht, habe ich jetzt gemerkt, sind wir voll verschieden. Du bist so nervös und man sieht es dir an. So, du, ähm. Du bist aufgeregt einfach. Du bist aufgeregt, du bist so hebelig, du musst dann hin und her laufen. Und ich glaube auch, dadurch, dass du so warst, ähm, musste ich so auf cool tun. Und ich war auch voll nervös. Ich habe auch, als ich dann, ich habe, als ich zu Anna gesagt habe, ich war auch voll nervös, hat sie gesagt, hä, man sieht es dir gar nicht an. Ich so, ich glaube, dadurch, dass du so hebelig bist, musste ich so auf cool tun. Bei mir ist es dann immer so, also ich kann auch nicht, also bei mir, wenn ich nervös bin, dann muss ich so tun, als wäre es alles okay. Aber innerlich sterbe ich eigentlich. Ja. Ja. Und ich glaube auch, um dem anderen, sage ich mal, ein gutes Gefühl zu geben. So, das wird schon. Und innerlich denke ich so, hoffentlich wird es was. Ja. Ja, aber bei mir ist es, es ist ja oft so, dass wenn jemand extrem in die eine Seite geht, dass man versucht, es zu kompensieren mit der anderen Seite. Weil so ging es mir auch, als ich bei der Nemetsko auf der Messe war. Und dort quasi die Speech für, wegen Ander gehalten habe. Da waren die anderen auch so krass nervös und das waren ja auch so 500 Leute rum. Ja. Und da war ich, da ging es dann bei mir, weil tatsächlich, weil die anderen nervöser waren als ich, haben die mich einfach so überdeckt. Aber warst du, warst du da genauso nervös wie bei der Nachmittagsjahuse? Nee. Weil es waren ja kurz, äh, kurz darauf, die Events. Also, die Nemetsko war ja kurz davor. Ja, also ich muss sagen, ich war nicht so nervös bei der Nemetsko, weil ich einfach wusste, dass ich, äh, ein Interview-Part hatte und es war nur ein 80, 18-minütiges Interview. Ach so, ja. Weißt du, und, äh, ich fand den Gedanken, dass man zwei Stunden eine eigene Show, also wir mussten uns das ja selber, äh, selber ausdenken, ähm, fand ich viel, viel schlimmer. Und voll oft war das auch so, die vom BR-Podcast-Vestival haben uns dann gefragt, und was braucht ihr so, ähm, was sollen wir vorbereiten? Habt ihr einen Musikeinspieler? Habt ihr irgendwelche Rubriken oder? Und wir waren so, nee, richtig lost. Wir waren richtig lost, Leute. Und wir waren so, ähm, nee, wir brauchen nur zwei Stühle und, ähm, zwei Mikros. Ja. Also wir waren so richtig, wir haben keine Ahnung gehabt, auf was wir uns da einstellen sollen. Also wir haben auch uns gar keine Show an sich überlegt. Mhm. Weil das war auch erst gegen Ende dann mein Gedanke. Ich dachte mir dann, hey, warum haben wir eigentlich keine Musik? So, warum haben wir ja einfach, also warum haben wir nur gesagt, dass wir zwei Stühle und zwei Mikros brauchen? Weil eigentlich wäre es voll cool, hätten wir irgendwie so Background-Musik oder unseren äh, Nachmittagsjausen-Trailer, also diesen, diesen Musikeinspieler. Aber letztendlich haben wir das alles gar nicht gebraucht. Nee. Ich glaube, das waren noch so Gimmicks, die man so danach macht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt nach dieser Erfahrung, ähm, bei dem zweiten Mal anders machen würde. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen und das brauchen wir, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich müsste, ähm, so Sprachtraining oder sowas machen. Ey, ja man, ich kann auch gar nicht reden, gell? Ja, ich merke das aber immer wieder bei uns in unserem Podcast, ähm, ich bin, also ich mache voll viele Pausen und ich habe voll oft diese Pausenwörter wie ähm, ähm, also genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das hat mich so genervt, kennt ihr das? Auf dem Live-Event habe ich so oft auf jeden Fall gesagt, dass ich, dass es, dass es mir aufgefallen ist, dass es mich dann noch mehr genervt hat, ähm, dass ich wieder auf jeden Fall gesagt habe. Aber das ist so ein Wort, das kann man halt einfach immer sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und genau, und wenn man halt so ein Sprachtraining macht und sich überlegt, okay, äh, dass man da einfach keine, äh, also einfach flüssig redet, ohne irgendwelche Pausen, ohne irgendwelche Binde wird. Ja, ja, und auch bedachter redet, also quasi, was mir auch aufgefallen ist, dass, da sind wir ja auch voll unerfahren und zwar Geschichten richtig aufzubauen, also, weil wir erzählen ja einfach eine Story, aber es gibt ja wirklich, ähm, so Mittel, um eine Geschichte spannender aufzubauen und richtig anzufangen, also quasi den richtigen, das richtige Intro und dann kommt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, machen, also machen wir das, glaube ich, schon gut. Denkst du? Ich glaube, wir machen das schon gut, ähm, nur vielleicht unser Sprachgebrauch und die Art, wie wir reden, ist, äh, ein bisschen blöd, aber ansonsten, ich glaube, Storys spannend erzählen können wir schon. Ganz ehrlich, diese, diese Fahrerstory, die war an sich, wenn man es jetzt runterbricht, voll unspektakulär. Ich glaube, die, die mit uns auch im, ähm, im Auto saßen, das war für die ja einfach eine ganz normale Unterhaltung, die hatten das, was uns passiert ist, in dem Auto, hatten die gar nicht als Story so erzählt, weil es eigentlich so unspektakulär, also unspektakulär war, aber wir haben diese Story voll gut, ähm, spannend aufgebaut, dass es doch eine coole Story geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, das kennen wir schon gut, nur wirklich dieses, ähm, oder diese, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das müssen wir halt irgendwie, ja, da müssen wir halt ein bisschen üben, aber ich glaube, dass wir das schon ganz gut machen. Okay. Ich glaube schon. Alles ist gut, solange wir wild sind. Sei wild, gefährlich und wild. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Das ist ja auch so iconic. Das ist so iconic. Jetzt werde ich immer wieder, also es wird immer in meinem Gedächtnis bleiben. Also wir sind ja eigentlich, also wir waren richtige wilde Kerle-Fans. Ja. Ähm, wir haben uns die, das waren drei Filme, ne? Nee, das waren viel mehr. Vier. Was? Der erste, der dritte Film war auf jeden Fall das mit den Vampiren oder so, mit diesen Hexen. Das war auf jeden Fall der dritte Teil. Das heißt, es kam noch ein vierter Teil. Auf jeden Fall haben wir damals die wilden Kerle richtig, richtig angeguckt. Und, ähm, irgendwann kannst du dich daran erinnern, als dann, also nach dieser wilde Kerle-Zeit, ähm, da hat ja Jimmy Blocks und Knecht dann auch Musik rausgebracht. Ja, und wir haben, wir haben uns diese Musik runtergeladen. Mit Jamba. Wisst ihr noch Jamba? Kennt ihr Jamba noch? Das, wo man so voll überteuert, ähm, nur so zehn Sekunden, ähm, Snippets, Snippets aus dem Lied runterladen kann. Und danach ist dann ganzes Handy-Guthaben, ähm, aufgebraucht. Weil man irgendwie so ein Abo zugesagt hat. Oder man ist außerdem auf diesen Internet-Knopf gekommen, auf diesen, ähm, Handys mit Tasten, obwohl die eigentlich gar nicht internetfähig waren, so. Ja, und dann erst vor kurzem hab, äh, hab ich, wurde mir zufällig, äh, auf YouTube ein TV-Total-Ausschnitt, ähm, angezeigt. Und zwar von Jimmy Blocks, Knecht und Wilson, González. Da hatten die ein Interview bei, bei Stefan Raab. Und ich bin, hab dann einfach nur zufälligerweise mich draufgekommen und hab mir gedacht, komm, ich guck's mir nochmal an. Ich kenn's natürlich schon. Aber ich guck's mir nochmal an und dann dachte ich mir, also erstmal, die waren richtig savage, die waren richtig selbstbewusst, saßen die da vor Stefan Raab, haben, waren auch richtig witzig, fand ich, weißt du, für so elfjährige Kinder. Ja, aber als Elfjähriger denkst du eh nicht viel drüber nach. Da sagst du wirklich das, was du denkst. Ja, genau. Und das ist dann irgendwie so, ähm, das ist dann so, ähm, wie sagt man, das ist halt so schön ungefiltert. Ja. Und, äh, Teil, und was ich aber auch krass fand, also die sind ja schon, seitdem sie Babys sind, bekannt, ähm, und da hat nämlich Stefan Raab da noch so einen Knopf gedrückt und dann wurde ein Video abgespielt und da hat nämlich Stefan Raab gesagt, ähm, ja, einer von euch war damals auch schon ganz schön wild. Und dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann kam ein Video von Jimmy Blocks und Knecht als Baby, wie er einfach da steht und sein kleiner, äh, wie sag ich das jetzt? Wutzi. Genau, sein kleiner Wutzi. Da raushängt, oder was haben die gezeigt im Fernsehen? Und er so in die Luft gepinkelt hat. Warte mal, und das haben die? Das haben die im Fernsehen gezeigt? Das haben die gezeigt mit seinem kleinen Wutzi? Einfach mit, also ohne, es wurde nicht zensiert. Krass, das waren noch die Zeiten damals, ne? Ich dachte mir, krass, damals hat man sowas noch im Fernsehen gezeigt. Das war einfach... Und darüber hat man gelacht, so. Genau, man hat drüber gelacht. Das war überhaupt gar nicht unangenehm. Also, ich weiß nicht, vielleicht war es für Jimmy Blocks nicht unangenehm, aber ich dachte mir so, krass, so, heute könntest du das niemals mehr machen. Nee. Nee. Nee, gar nicht. Und dann habe ich mich auch daran erinnert, als wir damals Little Red Hot Pants runtergeladen haben. Und das war diese Jamba-Sequenz, diese zehn Sekunden. Little Red Hot Pants. Ja, genau. Und das war dann dein Klingelton. Das war dein Klingelton. Das war so nett. Oder, ähm, was man auch früher runtergeladen hat, war dieses... Banana Phone. Genau. Oh, oh, Banana Phone. Du, 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 du. Ja. Oder, ähm, mit dem Postman. Wie ging das? Ring, nee, das war dieses Ring, 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 Banana Phone. Du, 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 du. Das war das. Und dann kam noch dieses, äh, oh, oh, you have a message. Irgendwas mit Postman. Wie ging das nochmal? Ach, keine Ahnung. Also, was ich auch noch runtergeladen habe damals, war dieses... Hey, Jimmy, hey, what's up? Can I make your body rock? Hey, Jimmy. Also, du warst ja ein richtiger Jimmy-Blue-Oxen-Knecht-Fan. Eigentlich voll krass, weil wir waren dann, ich weiß nicht, ein paar Jahre später, bestimmt fünf Jahre später oder so, waren wir dann mit Jimmy-Blue-Oxen-Knecht auf einer Party, weißt du noch? Ja. Also, wir waren mit ihm, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, auf jeden Fall waren wir mit ihm und seinen Freunden. Ja, das war nämlich, das war, wir waren auf einer Veranstaltung und dann war die irgendwie vorbei und dann sind wir irgendwie zurück zu den Shuttles oder so gelaufen und die haben uns angesprochen. Ah ja, genau, die haben uns angesprochen, ob wir mit denen feiern gehen wollen und wir so, nein, haben wir so, ja, obwohl wir da schon, wir hatten da schon Leo und Juli, aber die sind ja gar nicht einwassichtig, deswegen, ja, wir gehen mit euch feiern. Nee, aber ich meine, wir gehen ja nicht mit irgendwelchen Leuten feiern, um irgendwie was zu starten oder so, sondern wir sind so, genau, wir sind so naiv, wir gehen wirklich nur feiern. Ja, genau. Ich glaube, die haben sich vielleicht mehr erhofft. Die haben vielleicht was anderes gedacht, aber wir dachten uns so, ah ja, bei Tanzen sind wir dabei. So, ein bisschen die Hüfte schwingen, da sind wir dabei. Aber ich muss sagen, der Abend war dann relativ schnell vorbei, weil wir sind dann zu einem Club gegangen und diese Freundesgruppe, die mögen halt Techno-Musik. Und das war scheiße. Ja, auf jeden Fall, wir sind da reingegangen, es hat Techno angefangen und wir sind wieder raus. Ganz, wir haben den Polnischen gemacht und zwar haben wir uns nicht verabschiedet, wir sind einfach nur abgehauen. Weißt du noch? Dass man das den Polnischen nennt. Ja, das sagt man so, wir haben den Polnischen gemacht. Ja, wir sind einfach abgehauen, ohne irgendwas zu sagen. Die dachten sich wahrscheinlich so, Alter, finden die uns so langweilig? Ja, das war eigentlich voll, weil ich fand das voll krass, weil ich dachte, krass, das ist so, ich war Fan von Jimmy Blue Oxen. Und dann, ja genau, und dann geht man auf einmal feiern, gell? Ja, übrigens, zu dieser Story, bei der Nachmittagsjausenshow war auch, also war auch eine dabei, die hat uns eine Frage gestellt, das war glaube ich die erste, die uns auch eine Frage gestellt hat, ob wir mal zusammen Shisha gehen, also Shisha gehen, rauchen gehen, so. Alter, das kann ich nicht mehr reden. Das ist ein Sprachtraining. Ob wir dieses Mal Shisha gehen, ob wir zusammen halt in eine Shisha-Bar gehen und dann in der vorderen Reihe haben wir dann auch welchen Plakat auf, also hochgehalten. Voll krass, die haben solche Plakate gemacht. Ja, mit lass Shisha rauchen gehen, African Queen plus Spieletisch oder so. Ja, und wir dachten uns, oh mein Gott, das Ding ist, wir, also wir wollten mit denen tatsächlich Shisha rauchen gehen, aber hätten wir denen zugesagt, dann müssten wir mit 350 Leuten gehen, erstens, und zweitens, ähm, es war auch tatsächlich auch nicht mehr die Shisha-Rauch-Zeit, weil es hatte, es war viel zu spät, alles zu. Ja, aber, ähm, ja. Aber hätten wir noch ein bisschen Zeit gehabt? Ja, und wir waren, wir haben das schon öfter gemacht, also wir sind, wir haben schon öfter nach, ähm, also sind wir mit Fans oder mit Zuschauern tatsächlich Shisha rauchen gegangen. Ja. Haben schon öfter gemacht. Das war auch eigentlich immer cool. Ja. Ähm, deswegen, also, gebt nicht auf, wir gehen immer mit euch die Shisha rauchen. Also, wir schicken euch jetzt in die Woche, ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start mit uns, falls ihr das an einem Montag hört und ganz aktuell seid, ähm, und wünsche euch einen schönen Tag, ne? Genau, Anna wollte sich hier, wollte jetzt auch schnell den polnischen machen, aber, ähm, wir wollten. Haben noch ein Outro, scheiße. Wir haben noch ein Outro, das haben wir übrigens auch bei der Live-Show gemacht. Ja. Und ihr denkt euch jetzt so, okay, deswegen komme ich nicht, weil ich mir das nicht gebe. Nee, aber es war eigentlich ganz gut, also, es haben auch alle mitgemacht. Und zwar haben wir ein Lied gesungen und das singen wir heute einfach auch nochmal. Genau, für euch. Ja. Und zwar geht es an alle, die weiterhin unser Podcast verfolgen sollen. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light I see. Oder? Ich kann den Text nicht. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Also, ich hoffe, also, ich wünschte, das hätte so gut geklappt, auch bei dem Live. Beim Live dachte ich mir so, oh Gott, am schlimmsten war nichts, als ich die Stimme gehört habe. Weißt du, man hört sich ja irgendwie selber, dachte ich so, ganz schlecht. Ganz schlecht, aber die Leute haben dich voll angefeuert, ne? Ja, die haben mich voll angefeuert, Dankeschön. Danke. Und sonst, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei unserer Nachmittagsjause. Bye. Bye. Bye.